Die Alue Vera Die Alue Vera Die Alue Vera auf ganz natürliche Weise an, vollständig ohne Chemie, wie Düngemittel oder Pestizide. Täglich werden die reifen, saftigen Blätter der Alue Vera Pflanzen von Hand geerntet. Nur sie enthalten den höchstmöglichen Anteil der für den Menschen so wertvollen Nährstoffe. Die Alue tut jedem auf natürliche Art und Weise gut. Sie enthält über 100 wertvolle Inhaltsstoffe, die in ihrer einzigartigen Kombination wie ein Orchester zusammenwirken. Nach der Ernte werden die Blätter noch direkt in Mexiko weiterverarbeitet. In der Fabrik werden die Blätter zuerst in einem Wasserbad gewaschen, bevor sie in die Filetierung kommen. Hier trennen wir das wertvolle innere Blatt Filet sorgsam von der äußeren Schale. Anschließend werden die Filets gefiltert und gereinigt, bis nur noch das reine Gel übrig ist. Ein hundertprozentiges Naturprodukt. Die Alue Vera Verarbeitung entspricht aller höchsten Qualitätsansprüchen und ist besonders schonend. Unabhängige Stellen wie der Internationale Aloe Wissenschaftsverband IASC, das SGS Institut Fresenius und Dermatest überprüfen diese regelmäßig für LR. Sabine Larsen ist Direktorin bei LR für Produktentwicklung und Qualitätssicherung aller Nahrungsergänzungsmittel. Gleichzeitig ist sie Deutschlands einziges Vorstandsmitglied im IASC und absolute Expertin, wenn es um Aloe Vera Qualität geht. Für uns bei LR steht Qualität an allererster Stelle. Wir untersuchen Rohstoffe, Primärpackmittel, Fertigwaren und jeden einzelnen Produktionsschritt. Wir haben IR-Spektrometrie, enzymatische Methoden, turbidimetrische Titrationen, antioxidative Kapazität. Wir nutzen aber auch NMR-Spektroskopie und HPLC und natürlich ein Mikrobiologie-Labor. Und das mit wirklich großem Erfolg. Die Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards überwacht für LR, zusätzlich zum IASC, eines der härtesten Qualitätssiegel am Markt. Das SGS Institut Fresenius. Wir von SGS Institut Fresenius können mit absolut gutem Gewissen die dauerhafte Qualität der Aloe Vera Trinkengelprodukte von LR bescheinigen. Im Rahmen des Instituts Fresenius Qualitätssiegels überprüfen wir die Qualität der Aloe Vera Produkte vom Anbau und von der Gewinnung der Aloe Vera Gele über die Produktion bis hin zum fertigen Produkt. Der Anbau der Aloe Vera Pflanzen findet in Mexiko statt, wo wir alle zwei Jahre diesen Anbau und die Gewinnung des Blattgeles begutachten und auch die Qualität dieser Prozesse entsprechend bewerten. Dr. Raimund Lierhammer ist Direktor Produktentwicklung und Qualitätssicherung Kosmetik bei LR. Nicht nur die hohen Qualitätsstandards sind für uns wichtig, sondern wir sind natürlich darüber hinaus bestrebt, alle Forschungsarbeiten und neuesten Erkenntnisse in unsere Produkte zu integrieren. Unser Anspruch ist es, uns ständig weiterzuentwickeln und die Produkte für unsere Kunden zu verbessern. Unsere Forschungsarbeit mündete auf dem Gebiet der Aloe Vera inzwischen in 19 Produkte, die durch Patente geschützt sind. Mit den Aloe Vera Produkten von LR halten sie daher immer ein absolutes Premiumprodukt in ihren Händen. Die Produkte von LR enthalten höchste Anteile des reinen Blattgeles. Für allerhöchste Qualität werden alle Aloe Vera Produkte von LR in Deutschland produziert. LR ist ständig bestrebt, neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung in seine Produkte einfließen zu lassen. Die Qualität wird LR auch von den unabhängigen Stellen SGS Institut Fresenius, IASC und Dermatest bestätigt. Der beste Beweis für die dauerhafte Qualität der LR Produkte sind jedoch die zahlreichen begeisterten Verwender. Dr. Katja Letto schwört auf die Drinking-Gele von LR und verwendet diese seit ihrer Einführung. Ich habe gleich einen sehr positiven Effekt festgestellt und nehme es deswegen weiterhin regelmäßig. Als ich gemerkt habe, wie gut es mir tut, habe ich es natürlich mit Überzeugung in meinem Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfohlen. Erleben auch sie die unendlichen positiven Eigenschaften der Aloe Vera. Das war die ZDF-Ton ist noch bei der ZDF-Ton. Das war die ZDF-Ton. Untertitelung des ZDF, 2020